Ich glaub schon. Los, weiter! Äh, wir müssen irgendwie runter. Äh, irgendein festes Ziel? Nö, nicht wirklich. Dann gehen wir jetzt mal hier oben rein. Keine Reaktion. Den ist ja auch kein Ausweg. Das funktioniert nicht. Ähm. Ich war doch hier drin. Dann müssen wir hier wieder runter. Äh, F ist runter. So. So. Nein, Halt, Stopp. Das war schon richtig. Hier hoch. Oh, häh. Falsch. Falsche Taste. F hier hoch. Hier ist Schluss. Schwimmen wir durch den Kielraum und suchen einen Weg. Überall Wasser. Nirgends ein Weg. Das Schiff sinkt. Ähm. Wir sind jetzt runter. Äh. Wieder runter hier. Hier ist Chris. Vermilion. Parker. Chill. Hört gut zu. Das Schiff ist verloren. Aber der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Jessica und ich sind auf dem Weg zu Queen Zenobia. Wir melden uns bald. Bleibt am Leben. Chris Ende. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, gehen wir gerade richtig? Ja. Ja, schon wieder ins Wasser. Und wieder runter. Und wieder runter. Das kann es ja alles irgendwie gerade nicht sein hier. Das ist eng. So. So. Alter, gib Stoff. Da wird schon sicherlich die Luft gebraucht. Ah. Wir können sowas ehrlich nicht gebrauchen. Wo ist denn die Luft gebraucht? Blass. Das ist Zeit, die mir. Gefährlich. 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 Hoch. 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 Nein. Wir haben es so knapp. Das war ehrlich. Das war gerade mega knapp. Wir hätten es fast geschafft. Da oben war schon wieder Luft. Na. Nochmal. Von hier unten starten wir diesmal. Schottenbucht entkommen. Moment mal. Ja. Dieses Vieh, das kriegst du glaube ich. Und wie die wieder meinen, die Fresse hat das Vieh. So. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt wollen wir volle Kanne Luft holen. Lass mich bloß in Ruhe. Hier ist Chris. Alles okay? Chris. Ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Näher an uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay. Ja. Wir warten. Gut. Bis bald. Chris Ende. Hier lang. Ich hoffe, das war richtig mehr Speichern. Ah, dann geht's bei der Schwang. Ja, schon wieder schwimmen. Das Vieh soll mich einfach nur in Ruhe lassen. Eieiei, Alter. Das ist ja hier wirklich. Das Schiff geht unter. Und wir müssen uns jetzt hier wieder den ganzen Weg, wie wir vorhin mal gegangen sind. Schwimmen ist natürlich schön. Wir sind schön schnell. Jetzt kleinen wir uns hier nochmal ein. Gucken, ob wir irgendwelche Waffen hier mitnehmen können. Uns fehlt hier eine Position. Ich nehme lieber das Scharfschützengewehr mit. 1100 Kraft. Das ist mit das Beste. Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Hä? Das verstehe ich nicht. Hm. Mal sehen, mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt kommt er da und applaudiert. Und da kommt sie angedüst. Okay, bis gleich. Chris, Ende. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh, Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf. Da draußen ist was. Oh, ja. Eine kleine Waffe. Ein kleines Spielzeug. Mami hat was für dich. Mann, immer diese verdammten Tentakel. Warum haben wir nicht den Helikopter genommen, Chris? Weil der Satellitenlater die Elektronik zerstört hat. Ja, schlimmer als ein Stromausfall. Wie viele von denen gibt es? Weiter dranbleiben. Die lassen nicht nach. Ja. Alter, war weiter, Leute. Das sind definitiv zu viele. Mein letztes Heepoket hier noch. Ja. Ach so. Ne, das ist doch nicht normal hier. Boah. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Hm. Hier können wir an Bord. Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen. Auf geht's. Toll. Wir beide auf einer Kreuzfahrt. Aber leider säuft das Schiff ab. Freunde der BSAA. Ja, aber... Jawohl. Ironie. Alles über die Queen Zenobia. Und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens. Warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Das war kein Magienespiel. Zweitens. Warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Teragritia-Panik? Sag du's uns doch, hm? Hm. Und drittens. Warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Ihr musstet sie finden, um das... Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job? Stört mir ja nicht weg! Dann. Raymond? Aber... Wieso? Warum spielst du auf der... Hä? Was meinen Sie? Wenn die Wahrheit immer Teragritia... Okay... Irgendwie krank. Oh, 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 oh. Was erfahren wir da noch? Was erfahren wir da noch? Ein schrecklicher Verlust. Schau dir, ne? Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Samarimans durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu...